Wenn man mit Word arbeitet, dann kann es schon mal passieren, dass man in einem Dokument ungewollt leere Seiten hat, die sich dann nicht immer ganz einfach wieder löschen lassen. Ich habe hier jetzt mal ein Dokument angelegt, in dem wir drei beschriebene Seiten und drei leere Seiten haben. Um unser Dokument einfach etwas aufzuräumen, können wir jetzt verschiedene Dinge tun. Als allererstes würde ich euch empfehlen, immer erst Ursachenforschung zu betreiben und herauszufinden, warum wir denn hier die leeren Seiten haben. Vielleicht hat jemand zu viele Absätze gemacht, aus Versehen eine weitere Seite hinzugefügt oder ähnliches. Um den Grund für die leeren Seiten herauszufinden, müssen wir einfach nur im Startmenü unseren Absatzmarker aktivieren. Das ist dieses Zeichen hier im Absatzmenü ganz oben rechts. Wenn ich das mache, dann sehen wir hier direkt, am Ende unserer Seite wurde etwas eingefügt. Nicht bei allen Seiten, auf der ersten Seite beispielsweise nicht, aber hier auf der zweiten, auf der dritten Seite und hier unten auch nochmal. Wir sehen, hier wurde ein Seitenumbruch eingefügt. Was ich jetzt tun kann, ist, ich kann diesen Seitenumbruch einfach entfernen, indem ich beispielsweise einklicke und ihn lösche. Eine leere Seite ist verschwunden. Wir haben jetzt nur noch fünf Seiten in unserem Dokument. Wenn ich das Ganze noch etwas eleganter machen möchte, kann ich im Ansichtmenü oben den Navigationsbereich aktivieren. Da habe ich dann hier links dieses Kontextmenü, in dem ich einfach die Übersicht über mein Dokument habe. Dort kann ich jetzt auch die leere Seite auswählen, also unsere dritte Seite und einfach entfernen drücken, um sie zu löschen. So, jetzt haben wir nur noch diese vier Seiten und die letzte Seite, das ist in der Regel auch die, die man aus Versehen hinzugefügt hat, die noch keinen Inhalt hat. Also löschen wir sie. Ich wähle sie aus, drücke Entfernen und nichts passiert. Woran kann das liegen? Wir haben jetzt dank unserer Absatzmarker ja etwas mehr Kontext in unserem Dokument. Wir wissen also, warum dieser Absatz hier vorhanden ist. Ich klicke in die Seite und versuche mit Entfernen das Ganze zu löschen. Nichts passiert. Jetzt gucke ich mir die Seite davor an, weil oft ist es so, dass der Grund für die leere Seite nicht auf der Seite selbst ist, sondern auf der davor. Wir haben hier jetzt einen Abschnittswechsel. Das bedeutet, wir haben Word gesagt, hier auf der nächsten Seite soll ein neuer Abschnitt beginnen. Das kann mal passieren und ist auch nicht weiter dramatisch. Denn alles, was wir tun müssen, um diese Seite zu entfernen, ist einfach nur auf der vorherigen Seite vor den Abschnittswechsel zu klicken und das Ganze zu löschen. Ich drücke einmal Entfernen, drücke nochmal Entfernen und schon ist die ungewünschte Seite verschwunden. Und wir sehen hier rechts, wir haben nur noch unsere drei beschriebenen Seiten. Also in der Regel ist es recht hilfreich, wenn man als erstes den Absatzmarker aktiviert, um eben herauszufinden, handelt es sich um einen Seitenumbruch oder um einen neuen Abschnitt. Und mit diesen zwei Tipps findet man dann auch ganz schnell den Grund für die leere Seite und kann das entsprechend beheben, so wie wir das jetzt in diesem Video gemacht haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Word oder Microsoft 365 allgemein lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Office-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich auch freuen, dich dort wiederzusehen.